Herzlich Willkommen bei Barbed Wire TV. Es ist immer noch Fastnacht. Diesmal sind wir hier in Hessen im Odenwald. Genauer gesagt in Sandbach, dort wo wir jedes Jahr spielen. Barbed Wire spielt heute hier wieder auf der richtig großen Bühne in Sandbach. Wir freuen uns auf heute Abend. Hinter mir ist schon eine ganze Menge los. Der Soundcheck war gerade zu Ende und es geht gleich los mit dem Warm-up. Schaut euch die Bilder an von heute Abend und ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast mit den Aufnahmen aus Sandbach und morgen aus Mudau. Der Soundcheck war gerade zu Ende und es geht gleich los mit dem Weg zur Hand. Die Karo, endlich ist was, sie gibt die geilste Zeit im ganzen Tag. Die A-S-P-E-R-A-W, WI-A-P-O-N-I-A! Wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Wir glauben an dem Leben, heute, da mach ich mal gut. Wir sind Jule und die Caro und sind heute in Sandbach bei Barbed Wire und es ist extrem geil. Einfach geil! War mit Feier forever! War mit Feier, hast du mich umzwingend, wenn ich mich erlebe? Hallo! Wir wollten der Selina zum Geburtstag gratulieren und dir alles Gute zum 15. Geburtstag wünschen. Und das Selina! Ja, alles Gute Selina! Alles Gute! Okay! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Tonight we're rocking in Sandbach. Very great atmosphere here. About 20.000 people are in here rocking the whole house. Let's look at this podcast and be happy with Barbed Wire. Wir sind betrunken und Barbed Wire ist auf jeden Fall die geilste Kammerband, die ich kenne. Und ich hab euch alle liebend. Und ich hab euch alle liebend. Das erste Jahr hier und die Band ist einfach nur bombastisch. Liebe Podcast Freunde, ein langes geiles Wochenende geht zu Ende. Heute, gestern waren wir in Sandbach. Die Halle ausverkauft. Mega geile Leute sind abgegangen, die haben die Halle abgerissen. Heute das gleiche Spiel hier in Mudau. Nur noch Hexe und Teufel, wo man hinschaut. Echt hammergeil. Das Faschingswochenende geht zu Ende. Nächste Woche noch einmal Fasching. Quasi das ganze Wochenende. Ich hoffe wir sehen uns. Wir machen nochmal richtig Party mit euch. Faschingswochenende. Und ich sag nur, die Messer sind gewetzt. Bis dann Freunde. Bis dann.